Moin, meine Paul Berger, was geht? Ne, mein Spaß beiseite, aber ich wusste wirklich for real nicht, dass iCrymax und Standardskin einen eigenen Server haben. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Server drauf und bin wirklich echt gespannt, wie hier das AP-Niveau ist. Ey, was ist das denn da hinten? Sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Oh, jo, es ist sogar ein Gefängnis. Ne, mein Spaß beiseite, natürlich habe ich das gerade eben schon gesehen, als ich hier vorbeigelaufen bin. Hier sind diese ganzen Troller drin. Kennt ihr die? Immer diese Troller. Wah, Troller. Ja, guck mal, der da hinten, der ist einfach Polizist und will sich hier raus sonnenbaden. Hallo, es ist aber verboten, was sie hier machen. Hallo, es ist verboten, was sie hier machen. Interessant, was du alles dabei hast, aber ich kann es natürlich nicht abnehmen. Naja, ich lasse die mal alle tanzen. Das ist es mir wert. Oh, yeah. Ja, das gefällt euch doch. Ja. Ja, das hat euch doch gefallen. Ich glaube, der will hier raus, glaube ich. Die Person wird leider schon von jemandem getragen. Yo, ich habe einfach einen Alice im Diva. Ach, Mann, ich darf das nicht. Warum darf ich das nicht? Warum darf ich das nicht? Warte, wenn ich rückwärtsform, gehe ich das, glaube ich. Ach, nee, okay, doch nicht. Yo, was ist denn da hinten los? Aber bei dem Fahrrad, da sehe ich mich schon. Ich muss offen sagen, wir haben Metagaming gemacht. Hallo, du Junge, was machst du da? Hallo, was darfst du nicht sagen? Leute, okay, pass auf. Junge, das dürfte ich doch gar nicht sagen. Ich habe alles auf GoPro. Ich darf offen reden, hat der Rappel gesagt. Nein, das darf man nicht sagen. Natürlich. Oh mein Gott, der hat den größten Regelbruch der Welt gemacht. Der hat OOC-Talk geführt auf diesem Server. Ja, ich nicht. Was ist denn ein Server, der Herr? Ja, ein Server ist ein Server. Oh, das war jetzt OOC-Talk, Digga. Hä, hallo, du riechst gerade OOC? Ich nicht, ich nicht. Ihr riecht ja alle OOC, ich habe alle auf GoPro, ich kriege das alle im Band. Ja, ich habe auch alles auf GoPro. Ihr kriegt alle im Band. Was ist denn ein Server, der Herr, der Herr? Ja, ein Server, ein 5M. Was ist ein Server? Hä, 5M kennt ihr nicht? Was ist denn 5M, der Herr? Ihr kennt ihr überhaupt was? Ihr solltet mal die allgemeinen Bildung nochmal wiederholen. Was ich halt immer nicht verstehe, ist, dass die Leute so sagen, hä, was ist ein Server und so. So, jeder weiß, was ein Server ist. So, nur wenn man es nicht sagen darf, weiß man es doch nicht, was es ist. Okay, kriegt jetzt einen Band, tschüss. Junge, wie hobbylos kann man sein? Seit 17.27 inaktiv. Bruder, er ist einfach die Definition von keinem Leben. Was? Der Typ hier. Wer denn? Der hier. Da steht der 17.27 hier. Guck mal, er hat mich gefesselt, er macht Power-RP. Hallo, du machst Power-RP, ich habe alles auf GoPro. Was bringt dir denn, ich habe GoPro? Hallo, du machst alles auf Power-RP. Was für Power-RP? Junge, du wesselst mich einfach random und schlägst mich. Nein, nein, ich möchte auch normal mit dir reden, okay? Hä, du hast gar nicht mit mir geredet. Ich möchte jetzt von Mann zu Mann mit dir. Jetzt habe ich einfach, Digga, jetzt habe ich einfach noch mehr GoPro-Material. Was, was bringt dir denn die GoPro? Ja, ein Bon. Was, Bon? Ja, für dich. Was ist denn ein Bon? Hä, Spielausschluss. Was ist denn ein Spiel? Hä, weißt du nicht, was ein Spiel ist? Kennst du nicht Fortnite? Was ist denn Fortnite? Ich kriege nie eine Ausreise, ich gehe jetzt in den coolen Wagen da. Der, der mir gehört? Ja, in den gehe ich jetzt rein. Ey, guck mal, wie du mich Power-RPst. Was für Power-RP? Junge, du Power-RPst, du hast mich gefesselt. Ja, das darf ich. Junge, du fesselt mich einfach und schlägst mich. Weil du scheiße laberst. Weil du scheiße laberst. Junge, du hast mich einfach gefesselt, Digga. Du kriegst ein Bun, Junge. Oh mein Gott, du kriegst einfach Bun. Oh mein Gott, du kriegst ein Bun. Was ist ein Bun? Was ist ein Bun? Was ist ein Bun? Hilfe, ich werde dir Power-RPst. Power-RP nicht. Ich werde geschlagen. Über mich und meine Fraktion. Über dich und deine Fraktion. Alter, Bruder, du hast richtig krasse Eier. Oh. 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 Bruder, was ist das für RP hier? Das ist mal for real. Was ist das für RP? Jo, Leute, was geht? Heute gibt es ein brandneues Video GTH-RP. Auf jeden Fall, dass dafür ein Like und Abo da. Würde mich auf jeden Fall mega doll supporten. Und falls ihr RP wie ich mögt, dann seid ihr auf jeden Fall hier genau richtig. Denn ich mache das Beste, RP. Ich habe hier sogar noch eine Waffe von damals. Weil ich war ja schon damals auf dem Server. Also könnte ein bisschen RDM-Action passieren. Bis ich halt gebannt werde. Oh yeah, Bruder, habe ich den rasiert. Digga-Ding. Hau ich erstmal hier aus dem Wagen raus. Und abfahrt. Jo, das war auf jeden Fall schon mal prima. Ich konnte leider nicht hören, was er sagt. Weil ich habe gerade den Sprach-Chat deaktiviert. Aber ich aktiviere ihn jetzt mal. So, nun ist der Sprach-Chat aktiviert. Und wir hören natürlich alles, was die Leute sagen. Ich sage es euch, wie es ist. Den Typen, den ich gerade umgeschossen habe, da steht zu 100% jetzt sein Freund. 100%ig, ich sage es euch. Nee, er ist einfach weg. Also sein Freund hat ihn einfach schon abgeholt. Nice. Aber jetzt haben wir einen Wagen für ein bisschen RDM-Action. Oh, jo, da hinten läuft jemand. Oh. Was ist? Junge. Digga, ich habe ihn hardcore besiegt. Ein kleiner Ladenraub wäre jetzt schon nicht schlecht. Aber mal gucken, ob ich es überhaupt mit meinem Wagen noch hinschaffe. Weil leider hat mein Wagen ein Benzin mehr. Bitte. Komm, das schaffe ich. Zumindest noch ein Stückchen näher ran. Let's go. Komm, komm, komm. Ich glaube an dich. Du kannst jetzt nicht absaufen. Wir haben es gleich geschafft, Auto. Komm. Okay, ist vorbei mit dem Auto. Den Rest müssen wir laufen. Ich frage mich immer wieder, wenn mich ein Admin mal irgendwann spektatet. Was denkt er sich? Ich rede die ganze Zeit mit mir selber. Hallo, ist hier zufälligerweise ein Admin? Hallo? Okay, anscheinend noch nicht. Aber wir haben ja noch nichts Verbotenes gemacht. Aber trotzdem ist es komplett random, wenn ich hier einfach so rede mit Sprachstatt an. Naja, egal. Wir machen jetzt einfach mal einen Ladenraub. So, der Ladenraub wurde gestartet. Ja, hoffentlich kommt hier mal ein Polizist. Ja, geil. Ladenraub bestanden. Aber keine Polizei. Warte mal. Den Typ hat doch gerade eben schon RDM'd. Boah, Junge. Den habe ich gerade eben schon getötet. Also, es sind zwar 120 Leute drauf. Aber es kommt mir so vor, als sind hier nur 20 drauf. Irgendwie sehe ich hier niemanden. Junge, wo sind die Leute? Braucht doch nur ein, zwei Leute. Boah, Junge, da hinten ist eine Polizistin. Hallo, ich habe gerade einen Ladenraub gemacht. Warum sind sie nicht gekommen? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Ich muss mal einen Ladenraub. Ja, jetzt zu dem Ladenraub gehst du. Ah, was hast du davon? Hallo? Ja. Willst du dir eine Freundin klären? Wie willst du? Willst du dir eine Freundin klären? Was meinst du damit? Da unten liegt eine. Oh, Junge. Ist Leichenschändigung auf den Leuten dann zu tanzen? RDM und Troning. Digga, der Bann kam schneller rein als sonst was. Ich glaube, ich habe davor so fünf Jungs getötet oder so insgesamt. Und jetzt eine Frau bei der Frau Instant Bann. Jo, Leute, was geht? Neuer Server, neues Glück, würde ich mal sagen. Äh. Ah, okay, hier. Fahrzeugverleihdienst. Nehmen wir einfach mal diesen Wagen. Noch vier Minuten habe ich den. Mal gucken, wie viel Schaden ich damit anrichten kann. Das Handling von dem Wagen ist aber nicht gerade gut. Naja, egal. Wir machen das Beste draus. La, 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 la. So, komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Aber zumindest fährt er 130 kmh. Schon mal etwas. Noch vier Minuten habe ich jetzt. Komm, gib mal ein bisschen Gas, Mann. Ich muss doch hier irgendwie die zehn Minuten vollkriegen in dem heutigen Video. Komm, ein bisschen schneller. Ne, Leo. Ich hoffe, ich finde hier auch ein paar Leute. Weil hier sind nur 22 Leute drauf. Und ja. Cool, dass ich eine Rechnung bezahlt habe. Echt super. Wo ist denn das PD? So, komm, lad mal hier ein bisschen. Ich habe nicht so viel Zeit. Okay, SPD ist hier hinten. Aber ich denke, da ist keiner. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Wäre natürlich Hardcore belastend, wenn ich jetzt einfach fünf Minuten niemanden finde. Schon wieder eine Rechnung bezahlt. Ach so. So ist das hier. Also ein Blitzer. Junge, ich bin jetzt einfach schon 600 Dollar im Minus. Naja, egal. So. Hoffentlich ist hier jemand. Ey, hier ist einfach niemand. Hier ist jemand. Oder ne, hier ist doch keiner. Aber der Wagen ist offen. Komm, ist er offen. Ne, okay. Zwei Minuten habe ich noch. Mann. Wo sollen die denn sein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo sind die Leute? Na, wo seid ihr? Kommt und zeigt euch. Junge, mein Wagen läuft einfach gleich aus. Muss mal unbedingt gucken, ob ich mir einen neuen Wagen kaufen kann. Ich habe 16k auf der Bank. Sollte eigentlich reichen. So, let's go. Rein hier. Äh, 16.000 auszahlen. Ey, der Wagen ist einfach weg. Wie ehrenlos. Yo. Hä, was war das denn? Boah. Oh, yo. Da hinten ist Feuerwerk. Ah, hier sind die ganzen Leute. Ich glaube, das ist dein Motorrad. Bitte, bitte. Ich muss hier noch wegkommen. Ha. Ich muss hier noch wegkommen. Komm schon. Ha. Komm schon. Ha. Ich komme hier sonst nicht anders weg. Hallo, bitte. Ha. Ha. Ich muss hier mir gerade erst leben zahlen. Ist es da deine Girlfriend? Und gut ist. Ist es da deine Girlfriend? Hast du die Schnecke geklärt? Schäbon, Schäbon. Ich muss jetzt weiter. Tschüss. Ja, Mann. Die haben jetzt einfach kein Motorrad mehr. Aber jetzt habe ich eins. Ja, so. Ich hoffe, jetzt sind hier ein paar Leute. Ein Feuerwerk vielleicht. Yo, wo sind denn hier die Leute? Du hast ja nur einen gesehen. Oder okay, drei, vier Leute. Aber mehr auch wieder nicht. Oh, da ist ein Medic. Oh, Medic. Nein, die nehmen sich mein Motorrad. Wie ehrenlos. Wie ehrenlos. Oh, nein. Die machen Trolling. Guck mal. Er nimmt einfach seine eigene Freundin. Oh, er hat seine Freundin durch die Map geworfen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ein geiles AP, Mann. Medic. Medic. Hilfe. Oh, sie haben mir geholfen. Danke. Oh. Junge, jetzt Rache. Rache. Och, nee. Arcoi, was soll das? Medic-Fahrzeug. Yeah, yeah, yeah. Schöner Medic. Na, 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 na. Alter, Mann. Die Tür ist offen. Ich muss die mal zukriegen. Aber guck mal, da sind die schon wieder. Oh. Also die haben mir gerade meinen Wagen geklaut und mich getötet. Also eigentlich... Oh, Arcoi. Arcoi-Fahr. Ach-Käu-Fahr. 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 Möchten Sie runter von dem Start? Nee, möchte ich nicht. Ich habe ein Leben hier aufgebaut. Also Ach-Käu-Fahr. Ach-Käu-Fahr. Du baust wirklich immer ein sehr gutes Leben auf. Ach-Käu-Fahr. Ja, bitte töte die mal. Die sind mad. Wir haben keine Waffen. Ja, ihr habt Hände. Die sind ÖÖC-Mäd. Meinen sie? Ach-Käu-Fahr. Komm her. Komm, ihr schafft das. Eins gegen eins. Ach-Käu-Fahr. Der zweite fehlt. Nein, du darfst nicht einsteigen, wenn du den anderen nicht tötest. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Der steht da. Ach-Käu-Fahr. Ach-Käu-Fahr. Okay. Ach-Käu-Fahr. Ach-Käu-Fahr. Er hat es geschafft. Jetzt fahre ich weiter. Der wird jetzt hardcore gebannt. Aber ich überlebe, weil die denken jetzt der war das. Und so meine Freunde, habt ihr mich von einem Mann gerettet. Jo, warum ist mein Wagen auf... Ah-Joh, ich habe keinen Reifen mehr. Junge, mein Reifen ist einfach ab. Mein Reifen ist einfach ab. Ich bin einfach beim Cardi-Kartell. Ach-Käu-Fahr. Digga. Krösti, Pommes. Oh, Krösti, Ach-Käu-Fahr. Digga, ich glaube, die wurden gebannt. Oder die wurden zu ihm teleportiert, zu dem Admin. Hä, was ist das denn hier? Sind sie ein Mensch? Ja, aua. Entschuldigung. Aua, warum schlagen sie mich? Ich habe nichts getan. Sie haben mich auch geschlagen. Nee, habe ich nicht. Sie haben mich attackiert. Ich wusste gar nicht, dass wir Menschen leben. Ich habe keine Ahnung, niemand. Bin schon seit 23 Uhr hier von gestern und ich habe noch niemanden getroffen. Ja, ich bin heute auch erst neu hier eingereist. Ähm. Ja, ich bin hier schon seit 18 Stunden und ich habe noch niemanden getroffen. Ich bin jetzt 18 Stunden mit dem Motorrad durch die Gegend gefahren. Was hast du heute schon 18 Stunden lang gemacht? Äh, wie gesagt, ich bin gerade erst neu eingereist. Ich war gerade dabei, jetzt meinen Führerschein zu machen. Und warum wollen sie mich die Brücke runter schmeißen? Ja, will ich. Warum? Nein! Ah! Ah! Springen sie, ich fangen sie auf. Ah! Kein Vertrauenstest. Das merke ich mir. Eigentlich wollte ich uns so beide runterschubsen. Ah! Ich habe den nicht getroffen und bin alleine runtergefallen wie ein Losti. Hä? Hallo, Admin? Ich kann dich sehen. Hä? Admin? Geh mal bitte weg. Oh ne, Digga. Alter, ich wäre gerade runtergesprungen. Admin, kannst du bitte weggehen? Okay, anscheinend ist kein Admin hier. Hallo, Admin? Admin? Kannst du bitte weggehen? Okay, anscheinend ist kein Admin hier. Ich habe es nochmal versucht. Jetzt muss ich mir bei den anderen Typen vorknüpfen. Der hat mich einfach die Brücke runterfallen lassen. Hallo, kann ich mich als Medic bewerben? Können gar nichts mehr. Sag ich ihnen. Wie? Warum sind sie so mad? Jeder kennt jemand. Warum klauen sie mein scheiß Medic-Auto und verpissen sie sich denn? Habe ich nicht. Nein, da haben sie nicht. Glaubst du, sie verwechseln mich? Können sie den einmal hochholen? Nein, Akoi, nein. Akoi. Das ist der Projektleiter. Nein, das ist nicht der Projektleiter. Nein, das ist nicht der Projektleiter. Seid aber okay. Ey, sind sie die Projektleiter? Mein Wagen ist kaputt gegen ihn. Ich bin nicht voll, Mann. Akoi, das geht ja hier gar nicht. Nein, 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 nein. Der Wagen ist eh kaputt. Digga.